Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP werden grosse Anstrengungen unternommen und immer wieder neue Produkte entwickelt, die alle Anforderungen annehmen. Gesundheitsbewusste und leichte Ernährung erfüllen, aber trotzdem viel Genuss vermitteln. Ein Beispiel für die neuzeitlichen Sortimente ist GOP Light. Schackgütterien, die auch kalorienbewusste Geniesser essen dürfen. GOP Light Wurstwaren enthalten nämlich viel weniger Fett, dafür mageres Fleisch von bester Qualität. Im Vergleich zu einer normalen Wurst hat ein Light Servala 40% weniger Kalorien. Ein Kalbslioner in Light Qualität sogar 47% weniger. GOP Light Schackgütterien gibt es in sieben verschiedenen Varianten. Vom Wienerli über die Kalbsbrotwurst bis zu den verschiedenen Lioner Spezialitäten. Denken Sie also daran, wenn Sie das nächste Mal Lust auf Schackgütterien haben und nehmen Sie es Light. Eine weitere Neuheit, die Sie bei GOP jetzt können posten, ist meine Delikatess-Sauce. Diese neue Delikatess-Sauce ist auf Joghurtbasis hergestellt und darum besonders leicht und bekömmlich. Diese Delikatess-Sauce gibt es als Curry, Meerrettig, Pfeffer, Knoblauch, Tartar und Kräutersauce. Sie ist nach einem neuen Produktionsverfahren hergestellt und darum im verschlossenen Becher besonders lang haltbar. Falls aber trotzdem mal ein Rest-Sauce übrig bleiben sollte, dann können Sie den Becher mit dem Deckel jederzeit immer wieder versliessen und so bis drei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Übrigens gibt es jetzt auch von diesen neuen Midi-Delikatess-Sauces ein praktisches Fondue-Set. Da hat es doch für jeden Geschmack etwas dabei und es kostet erst noch weniger. Die Kälte und die trockene Heizungsluft machen die Haut Spröde und Rauch, wenn man sie nicht mit den geeigneten Produkten schützt und pflegt. Nivea Visage Reinigungsmilch braucht es für eine sanfte, gründliche Reinigung. Und das alkoholfreie Nivea Gesichtswasser macht natürlich frisch. Apri Rubelcreme und Apri Gesichtswäschcreme machen die Haut rein, frisch und aprikosezart. Sibonet, die alkalifreie Seife, reinigt besonders schonend. Das Naturelldusch mit wertvollem Kräuterextrakt garantiert eine sanfte Reinigung. Und Obau, die feuchtigkeitsspendende Körpermilch, erhält die Haut zart und elastisch. Tee trinken und abwarten, sagen wir, und am besten trinkt man in jedem Fall den besten, nämlich Twinning's Tea. Darjeeling, Earl Grey, Orange Pico oder Prince of Wales. Wenn Sie glatte Geschenkidee suchen und vor allem rechtzeitig mit den Weihnachtseinkäufen anfangen wollen, dann schauen Sie doch den Geschenkkatalog von Ihrem Coop-Warenhaus an, wo diese Tage mit der Post verteilt wird. Sie finden darin unzählige Geschenkvorschläge. Von der perfekten Skiausrüstung, über die neuste Unterhaltungselektronik, bis zu den fantastischen Spielsachen. Und alles für die neue Traumküche. Und das gibt dann auch einen passenden Übergang für das Coop-Rezept dieser Woche. Bei Coop gibt es jetzt der ganze Winterdauer wieder ein grosses Angebot an frische Brüsseler oder Chicorée. Nutzen Sie doch das kalorienarme und doch sehr schmackhafte Gemüse nicht nur für Salat, sondern auch für andere feine Gerichte, wie zum Beispiel Schinkenrollen. Pro Person eine schöne Brüsseler Stange waschen, halbieren und im Salzwasser geben Sie ein bisschen Zitronensaft dazu zu blanchieren. Gut abtropfen, auf eine Tranche Schinken legen, mit Peterli bestreuen, einrollen und in eine eingefettete Gratinform legen. Eine Péchamel-Sauce machen aus Mehl, Anken und Gemüse-Sauce. Schön auf die Brüsseler Rolle verteilen und dann eine Viertelstunde im Ofen gratinieren. Zu diesen Schinkenrollen passt am besten ein roter Risotto. Das Rezept, Sie wissen, so fangst du auch in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. Für heute sind wir am Schluss. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Von morgen gibt es bei Coop wieder neue Aktionen. Was sehen Sie gerade anschliessend? Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Coop offeriert Ihnen tolle Nachtwäsche für die ganze Familie zu günstigen Preisen. Und in allen Blumenabteilungen gibt es jetzt schöne Weihnachtsstern für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Goldstarr Rahmspinat 600g statt 2,50 nur 1,95. Eine Dose Mondial Ananas statt 1,90 nur 1,30. Eine Dose Mondial Pfirsich statt 2,10 nur 1,50. Nur Freitag und Samstag ein Coop-Butterzopf 400g statt 2,80 nur 1,30. Und 650g statt 4,20 nur 3,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Clementine ein Kilo für nur 1,50. Und 2,92 Kilo nur 2,90. Auf Wiedersehen!